Wieder Oh, ich bin blöd. Ich hab die Begrüßung schon gemacht, bevor ich bevor ich über den Part gestartet hab Boah, Mann, ich nehm schon wieder ewig auf, ey 2, 3 Stunden, glaub ich, jetzt schon wieder, okay, 2, nicht 3 Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme Komm, lass mich hoch Mann, warum? Oder ist ich hier auch so geskrippt, dass er hier nicht geht, dass man erstmal runterfällt Was soll denn der Möhm, Mensch, lass mich doch jetzt hier durch Äh, der Schein-Spark ist am, äh, der Spaceshop ist an bestimmten Stellen so geskriptet, dass er nicht geht, das ist so Mann Boah, warum? Ja, ich hab ihn geschafft Boah Ach nee, das ist die Stelle, wo man den Beam-Combiner da oben Ja, oben ist der Beam-Combiner, ja Ja, okay, wenn ich da oben nach Ja, da mach ich die Schleuse nämlich auf Warte, okay Ah, hier, wisst ihr, was lustig ist? Hier funktioniert der Wave-Beam komischerweise nicht Warum auch immer Ops, sorry Ja, warum funktioniert der Wave-Beam hier nicht? Warum? Nein Hier hinter ist der Beam-Combiner, also kriegen wir hier wirklich nach dem Berg-Gun Nach dem Berg-Gun kriegen wir hier den Beam-Combiner Daher öffnen sie die Tür da oben und dann kriegen wir ihn Kotzt mich der ganze Müll hier an, ey, ich will doch einfach nur hier raus, Mann Ich will den tollen Beam-Combiner Ich hab immer noch nicht gesehen, wie das ist Hier eine Powerbombe, richtig Genau Ähm Nein, bitte nicht Nein, hier war es doch auch so richtig schwer Hat der Mick doch auch so richtig Probleme, hier hochzukommen Hier war der Spaceshop auch so richtig schwer Nein, ich schaff das auch nie Nein, 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 gar keinen Fall Verstehe ich es nicht, warum ist der Spaceshop hier so schwer? Oh Mann, ich kriege es nicht hin Oh Mann, ich kriege es nicht hin Vor der Safe-Sein-Club Nee, der war nicht-Club Jetzt kann ich sich mehr ändern Ah, hier ist der nämlich so gescriptet, dass der nicht funktioniert, der Spaceshop Deswegen muss man das so machen. Ja, hier ist das Spacer nämlich so, dass die Stucht, wo wir unten waren. Hier ist das so gespültet, dass dann die Funktion... Schaut euch das an. Hier mache ich das noch problemlos. Wartet. Hier mache ich das noch die ganze Zeit problemlos. Aber wenn ich, sobald ich... Sobald ich hier hingehe, funktioniert das nicht mehr. Ja, funktioniert das einfach nicht. Mann, Dragoo, komm her, ich mache dich platt. Du hast Kevans hier wieder, die Texturen. So, hier ist er. 60, ne? Okay. Ich muss hier mal ranzeißen. Dragoo, da ist er. Eieiei, der wird schwierig. Und hier, die Wand, ding ja weit weg. Man kann ja nicht den Schied machen, wie Menzel ihn gemacht hat. Für mich ist das ein Schied. Für mich ist das ein... So ist da nicht vorgesehen, dass man den so besiegt. Ähm, ich muss sie auch machen, ne? Eieiei, der ist weg. Eieiei, der ist weg. Und leer. Au. Boah, ich muss sich den wegmachen. Ah, nein. Nee, ich lasse nochmal. Ich mach erstmal die komischen Wanddinger kaputt. Verschieß dabei alle Munition. Sales State, okay. Ah, es funktioniert nicht. Ah, wo ist der Weapon? Nein, nein, nein. Ich versiege ihn jetzt. Du, 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 du. Ich darf nicht erwischt werden, ey. Oh nein, 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 nein. Die Räte, das funktioniert nicht. Der ist, die sind zu weit weg. Das ist ein Glitch. Das ist, das ist... So soll man nicht... Man soll den richtig bekämpfen. Das ist einfach nur ein Glitch. Menzel. Das ist nicht eine vorausgesehene Mechanik. Das ist ein Glitch. Das funktioniert ja nicht mehr. Der Glitch ist hier. Weg. Das wurde nicht so vorausgesehen von den Spielentwickern. Das ist einfach nur ein Glitch. Ja, okay. Wie soll ich den besiegen, Gemi? Ah, noch mit Sand, das Fies, ey. Und der Terrasse. Okay, bin ich hier sicher? Okay, von hier? Oh, doch nicht. Oh. Nein. Okay, das ist super. Okay, das ist super. Okay, das ist super. Oh. Mann. Weiter. Nee, schaffe ich nicht, ne? Nee, das bin ich schnell genug. Mann. Das ist schwer zu erwischen. Hä? Was war das? Nein. Steck mich mal hier. Okay. Das kommt doch von links langsam. Da kann ich... Nee, oh, Mann. Oder soll ich einfach mal versuchen, ähm, den Plasma Beam zu benutzen? Nein, der soll mich nicht greifen. Nein, der soll... Ah. Boah, ey, der postet auch wieder richtig schwer. Der Plasma Beam schießt nämlich durch die Dinger durch. Ich glaub, der ist hier besser. Ja, ich glaub, der ist hier besser. Und wir müssen jetzt gerade besser. Nein. Okay, das war doof. Rücken und dann weg. Nein, der hat mich erwischt. Nein. Oh, ich bin verwirrt gewesen. Krass, der ist hier nicht gut. Ich schießt die anderen Dinger. Au. Warte mal, macht, ähm... Macht der Schaden? Ich glaub nicht, ne? Wär mal gut. Machst du Schaden? School Attack. Nein, School Attack ist gut. Damit bin ich einfach wundbar. Aua. Boah. Wo ist er wach? Nein, ich wollte ihn treffen. Mann. Ich will ihn doch einfach nur treffen. Nein. Boah, der ist sowas von schwer, ey. Okay. Okay. Mann, ey, jetzt geh weg. Oh, der ist ja ungewählt, fast. Mann, ich hätte es doch... Ah. Ich schießt und habe fliehen. Nein. Oh, Mann. Ich habe ihn getroffen eben, aber dann... Schießen oder dann weg? Ne, ist das schlecht. Ja, ich habe ihn einmal getroffen. Yeah. Ein Wunder. Wow, ich habe ihn getroffen und nicht verletzt. Das ist gut. Ja, aber der verfährt sich schon geringfügig, ne? Das Verfühlen ist gut. Ja, der ist fast weg, ey. Ist gut. Da ist ja auch ein bisschen doof gesetzt. Ja, ich muss hier abfahren. Der ist leider doof gesetzt. Au. Oh. Oh. Ja, komm, treff den Schaden. Der ist eh gleich weg. Ja, komm, er ist noch fast weg. Oh, oh, Mann. Jetzt weg. Komm, ich verfeuerte aber alles hardcore. Sturb. Sturm. Sturm. Nein. So, ich muss noch etwas vorbeigst. Nein, würde nicht Weg Oh, ich dachte, er ist fast weg Lass mich hoch, Mensch Komm, geh weg Ja, wir haben ihn Dragoon ist beliebt Dankeschön Oh, wie schön Gib mir die Sachen Ja, weg Toll Ja Noch zwei Statuen Okay, den Combined, oder? Ja, sollen wir Bam Wollen wir jetzt erst mal die Statue machen? Ist der Satt jetzt so geskippt, dass ich das dann Da ich die Sprüche machen kann? Hoffentlich Also, Beam Combined Einer und zwei Statuen Dann machen wir das mal Ja Ai, 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 ai Wir nähern uns dem Ende Wir haben alle Bosse außer Mother Brain besiegt Okay, ähm Ja, wir müssen jetzt noch proben Ja, jetzt geht's komischerweise Schaut euch das an Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's Schaut euch das an, Leute Jetzt geht das ganz problemlos Jetzt ist das Das war wirklich unmöglich gemacht Dadurch, durch Dragoon irgendwie Auf jeden Fall Das kann Vielleicht hat Dragoon den Sand verzaubert Dass er Den Spaceschirm auffällt Das kann ja sein Ich glaube, dass irgendwie so ein Erklärung Dragoon hat den Sand irgendwie verzaubert Dass wir dann keinen Spaceschirm machen können Weil jetzt geht's ja problemlos Ich denke, nur so will ich das storymäßig erklären Dass der den Sand irgendwie schwerer gemacht hat So, so, was auch immer Nein, 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 vergiss das Vergiss das Oder nee, es geht doch einfach nicht Mann Mann Ah Jan, geh ich unten längs Ich hab richtig Ja, ich geh aber mal unten längs Oh, Mann, nicht Ich kapier's gerade gar nicht, hä? Nee, lass erst mal doch Nee, Beam Combiner holen Lern doch erst mal rechts machen Links, bis wir denn eh noch zu Turbieren hin Also lass uns jetzt erst mal rechts alles erledigen Und dann links Aber nur raus, ey Jetzt können wir endlich zu der Statue hin Hoffentlich, wenn ich den Weg find Wo sind wir? Ja, jetzt lass uns da hingehen Ich will aber nur Einfach nur das Ding haben Statue, Beam Combiner Will ich rechts holen Und dann aber nur noch links die Statue Und dann haben wir's Hier muss man als Ball Ein Scheinspark machen Ich glaub, als Ball Mockball Ja, ich verschwör'n wieder Zeit Nein Nein Nein, das will ich nicht probieren Ich hab ja eh nicht Warum probiert ich das überhaupt? Da muss ich als Schweinsbacken Mockball machen Ne, jetzt geh'n nicht hin Das könnt ihr vergessen Mockball mit Scheinspark Spiel nicht Äh, muss ich hier oben links? Sand, hör auf! In Turing gibt's wenigstens Kaum Sand Nee, da komm' ich noch nicht weiter, ne? Da komm' ich noch nicht weiter Muss ich erstmal hier rechts was machen Boah, ist das anstrengend, ey Könnt euch gar nicht vorstellen Wie anstrengend das ist Ey, Mann Ah, schaut euch das an Ja, meine Energie ist auch fast leer Kann ich nicht mehr gut gebrauchen Die war ich schon lang nicht mehr Das war das erste Mal, Marie, hier Glaub' ich Nee, doch nicht, doch nicht Das war im Norfair, wo wir ja dann nicht durchkamen mit der Schleuse Aber das erste Mal, wo wir dich bewegen konnten Hier So Oh, Mann, ich will das heute beenden Es ist mir egal, was ist Mein Hals ist tot Aber ich beende das heute Ich hoffe, Mother Brain ist nicht zu schwer So, er hält sich hier auf Da wird den besiegt haben Wär gut Er hält sich die ganzen Türen auf Das ist gut Hier ist das wieder Probleme Vielleicht bilden wir den, das geht ja nicht Das geht ja nicht Oh, Mann Warum? Lass mich doch einfach nur hier raus aus dem verdammten Äh, es tut mir so leid, dass ich jetzt die letzten Part zum Meckern Wie Mensch sind sie, Kari Ja, es leuchtet Das heißt, die Tür erwartet uns Brauchen wir dich kaputt machen Ja, jetzt ist da nämlich auf Geh wieder mal lang Warum auch nicht Warum auch nicht Ich gehe erst mal nach oben Ja, erst mal nach oben Nach unten müssen wir ja sowieso noch, glaube ich Ja Wobei, nee, wir müssen nicht nach unten Ich gehe ja oben bei der Krateria links Ja, wir legen jetzt alles rechts hier in Maridia Dann gehen wir nach Krateria Gehen nach links Und holen uns die letzte Statue So machen wir das Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine Boah, der Part geht schon wieder 22 Und die Zeit, die fliegt Und ich habe gleich wieder so viele Parts zu bearbeiten Ey, Mann So viel zu bearbeiten Es tut mir leid Weißt du, was tut mir leid Das tut mir für mich selber leid Die gleich wieder so viele Parts zu bearbeiten Oh, mein Hals stirbt, ey Nur am Meckern, ne So gehört sich Als echter deutscher Meckern Sehr viel So Okay, weswegen bin ich jetzt hier Ah, hier links Rechts waren wir schon Links ging nur nicht auf Ah, doch, hier ist das Hier ist die Statue Hier ist die Statue Ja Irgendwie oben links Hier ist die Statue Ja Das heißt, nur noch ein Beam Combiner Und eine Statue Dann haben wir Alles außer Turien fertig Zwei nicht 100% Aber was sollt Das kriegen wir eh nur mit unendlichem Bombensprung Und Schein's Bug aufheben Und so Oh, ich bin irgendwie Ich fahre Ich fahre Ich beigehe jetzt mit einer Powerbombe Nein, war klar War klar Erstmal unten lang Ich glaube, wir müssen nur oben lang Und wenn du verarschst Aber nein Oh mein, halt Egal Ja, geh auf Geh auf Kann ich aufstehen Nee So Oh mein, ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ja, mecker, mecker Ich weiß Ist da noch irgendwo was? Nee, sieht nicht so nach außen Also seht ihr deswegen Man muss Dragoon besiegen Um an die Sachen ranzukommen Um an die Statuen ranzukommen Beispiel zu wenden Beam Combiner ist optional Den werde ich aber holen Komm, ich spüre mal vor Wirklich Ich habe keine Lust mehr Und hier werde ich Und hier werden Sie Das ist Was Ja B ier